Kata Nummer 5, die erste gehende Kata im Setting I Know, Reality Check. Sie greift mich an, oder ich greife Sie an, das ist eigentlich relativ egal, weil die Bewegungen identisch sind. Ich mache die Kata, sie tut jetzt mal, machst du das Schwert noch ein bisschen, die Zypa Recept rett vom Bauchnabel sein. Sie kommt jetzt mal nur auf mich zu und ich mache die Kata, sie greift gar nicht an. Ich-Ni-San, das funktioniert nicht. Wenn Sie das Schwert dort hat, kann ich meine Bewegung gar nicht erst ausführen. Das Schwert muss also draußen sein. Jetzt machst du es mal so, dass du das Schwert ziehst, ruhig über den Kopf, oder du machst mal ein. Ich-Ni-San, oh ja, da bin ich aber auch tot. Ja, sie ist nah genug, um mich zu treffen, funktioniert also auch nicht. Drittes, du nimmst das Schwert über den Kopf, ohne mich anzugreifen. Ja? Jetzt schon, oder? Nein, ich-Ni-San, dann würde ich hier einen Arm treffen. Der Punkt ist ja der, ich gehe mal über den Kopf, das Schwert, hier, eigentlich gehe ich ja nicht in den Arm rein, sondern in die Schulter. Also eigentlich kann sie das Schwert nur an der Seite tragen, oder abgelegt haben, oder? Weil die Kata funktioniert nicht. Der erste Schnitt ist ja so, das heißt, ich rühre sie gar nicht, und der zweite trifft dann. Das ist die Grundlage von Kisseli. Kisseli. Es funktioniert nicht, wenn sie das Schwert noch drin hat, aber wenn sie das Schwert draußen hat, dann wird sie nicht schneiden. Also geht's auch nicht. Einzige Lösung ist, sie hat das Schwert verloren. Oder war ein Frühstück irgendwo abgelegt. Und jetzt hat sie vergessen, dass sie keins mehr dabei hat und denkt, sie kann mich angreifen. Also, es ist eine wunderschöne Kata, aber leider nicht anwendbar.